Das komische Geräusch von Fiona, Adna, Alicia, Tobias. Was war denn das? Wer macht das? Das kommt aus der Küche. Mama, du siehst zu blass aus. Ah, hier war ein komisches Geräusch. Nein, ich hab nichts gehört, Mama. Schatz, hast du was gehört? Nein, ich hab nichts gehört. Ich muss jetzt in die Arbeit. Geh mal zum Ohrenarzt. Tschüss, bis heute Abend. Aber da war doch ein Geräusch. Ich hab's genau gehört. Ein Tiger, oh nein! Ja!